Jo Jo Freunde Herzlich Willkommen auf dem Kanal LP Alente und das ist mein 52 Abonnenten Special als Vlog verpackt und ich lauf hier gerade in meiner Straße rum auf dem Weg nach Hause, ich war gerade essen, war hammergeil, hier ein kleiner Einblick. Ja auf jeden Fall war hammer lecker, auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, aber das ist nicht das Thema, denn das Thema ist immer noch mein 52 Abonnenten Special und das ist ein riesiges Dankeschön dafür, dass wir jetzt schon 52 Leute sind, ich meine das sind schon zweieinhalb Kinos voll und ne viertel tausend, das ist eine unglaubliche Zahl für mich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das überhaupt mal erreichen werde, da ich jetzt in den letzten drei Monaten ein Kanalwachstum auf das Doppelte hatte und das freut mich auf jeden Fall, das ist hammernice und dafür möchte ich mich einfach mal bedanken und das Ganze wird in Form eines kleinen Gewinnspiels ablaufen und zwar werdet ihr ein Optifine Cape gewinnen können für Minecraft und am besten ist, wenn ihr euren Minecraft-Namen oder euren Skype-Namen oder irgendwas in die Kommentare schreibt, vielleicht noch irgendwas Nettes dazu und dazu den Hashtag Alente-Gib-Cape und danach werde ich das Ganze dann aussortieren, das wird zufällig passieren, über einen Zufallsgenerator und ja, mal gucken, wer der glücklich sein wird, ich wünsche natürlich allen viel Glück, ich habe selbst nur ein Optifine Cape und dann dachte ich, ich kann dir das verschenken, weil das ist schon was cooles auf jeden Fall und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, das Gewinnspiel, da gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben, das würde mich auf jeden Fall freuen, vielleicht ist auch ein Abo da, wäre natürlich richtig cool, dass wir noch mehr wären und dass vielleicht irgendwann ein neues Gewinnspiel kommt und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis zum nächsten Mal, tschüss!